Willkommen mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute einen Sessel Himmola Cumuli 7501 in Mikrofaser Nuwano Ocean. Ein Sessel, der sitzt wie gegossen. Ich fühle mich jetzt schon richtig wohl drin. Also von der Haptik her toll. Sie haben hier einen Hebel für, nein, dann ist es dieser. Ah, ja, dieser Hebel bedient eine Gasdruckfeder. Diese sorgt für Sitzhöhenvorstellung. Deshalb kann man nicht sagen, dass der Sessel medium, large oder small ist. Er ist einfach alles. Für mich ist diese Höhe so etwas höher, so ideal. So, was kann ich mit dem Sessel machen? Ich habe hier einen Hebel für das Fußteil. Ich habe hier eine zweite Gasdruckfeder für den Rücken. Ich drehe mal, dass Sie sehen, wie bequem ich liege. Und ich habe hier oben zusätzlich noch eine Verstellung des oberen Rückendrittels, des Kopfteils. Hier lässt sich das Leben. Ein toller Sessel in einem sehr pflegeleichten Mikrofaser. Nuwano ist eine sehr hochwertige Mikrofaser. Ich kann auch noch weiter nach hinten, aber dann schlafe ich ganz schnell ein. Ich gehe jetzt mal wieder nach vorne. Wo ist der Hebel? Am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil man nicht genau weiß, wo die Hebel sind. Sehen Sie? Was sehr schön ist, das sehen Sie jetzt, die Armlehne geht mit nach hinten. Sie haben also kein Loch. Optik, okay. Schöne Edelstahlplatte, Qualität. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck, muss ich sagen. Optik kann man immer darüber streiten. Farbe ist gut kombinierbar. Also ich finde, es ist ein toller Relax-Sessel. Wenn Sie einen tollen Relax-Sessel suchen, Advertising, profischnapp.de. Tippen Sie mal ein, profischnapp.de. Und dann geben Sie oben ein, oben rechts in Suchenfeld, 7501. Dann kommt dieser Sessel. Wenn Sie ihn live probieren wollen, hier in Empfingen, 50 Kilometer südlich von Stuttgart, im schönen Schwabenland, können Sie ihn angucken. Machen Sie einen Termin aus mit uns, denn wir sind nur Freitag und Samstag offen. Aber Sie können auch zu einem anderen Termin kommen, okay? Cumuli von Himmela. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. ulegenferenz der salud дней Langswomanid MMA-Divaldi Video two ... bois b